Die Pornotornos haben heute leider im Viertelfinale gegen die Sotspads United verloren, 4 zu 0. Für ein eigenes Tor hat es leider nicht gereicht, du hattest auch einen Torversuch. Warum ging der so weit drüber? Ja, im Grunde ist es ein bisschen hektisch geworden, dann wollte ich schnell zum Abschluss kommen. Wir haben gesagt, wir wollen viel aufs Tor schießen vor dem Spiel, viele Abschlüsse haben. Das ist uns leider nicht ganz so gelungen. Und ja, in dem Fall habe ich ihn direkt genommen und nicht gescheit getroffen. Und dann ist er, glaube ich, dreimal übers Tor gegangen. Ja, der ging schon gut drüber. Für euch geht es jetzt weiter in der Trostrunde. Was ist da das Ziel? Ja, ich glaube, wenn wir einfach an letztes Jahr anknüpfen wollen, da sind wir auch im Viertelfinale ausgeschieden. Ja, fünfter Platz kann wieder das Ziel sein. Das haben wir im Kreuz, das können wir schaffen. Und das ist das Ziel. Heute waren ja eure Maskottchen gar nicht dabei. Weißt du, warum? Wo sind die? Puh, das ist eine gute Frage. Also ich weiß, dass zumindest einige in Russland sind gerade. Aber ob die Maskottchen dabei haben, ist eine gute Frage. Ansonsten könnte es sein, dass ich schwer enttäuscht bin. Hat es irgendwie eure Leistung geschmälert, dass die Maskottchen nicht dabei waren? Puh, nein, das glaube ich nicht. Also wir waren super motiviert vor dem Spiel. Wir haben eigentlich auch daran geglaubt, dass wir was holen können. Heute haben wir auch ganz gut angefangen, finde ich. Und haben eigentlich bis zum Schluss nicht wirklich nachgelassen. Die letzten fünf Minuten vielleicht, wo dann noch zwei Tore gefallen sind. Aber ansonsten an der Motivation ist es nicht gescheitert halt. Gut, dann nimmt die Motivation am besten mit in die Trostrunde und viel Erfolg. Das machen wir. Super. Danke.